Das hier ist die Beinpresse. Bei der Beinpresse habt ihr noch mal verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Rückenlehne. Ihr könnt das hier aushaken. Ihr könnt das so weit zurückstellen, dass ihr eher in einer integrieren Position seid. Oder wenn ihr in einer sitzenden Position das Ganze machen möchtet, stellt euch die Leere neben ein Stückchen höher. Dann habt ihr hier eine Leere, wo ihr den Sitztor zurück haben könnt. Jetzt setzt ihr euch einfach ein und ihr solltet hier in etwa einen rechten Winkel haben. Das bedeutet, ich brauche das Ganze jetzt ein paar Stückchen nach vorne. Stellt die Füße in etwa hüftbreit auf. Hier könnt ihr euch an der Seite festhalten. Da drückt ihr das Gewicht nach vorne weg. So weit das Bein reicht und das bedeutet, es bleibt immer etwas schwanger. Wir müssen nicht weg. Und dann lebt ihr das Ganze einfach und probiert den Weg. Und die Rücken wieder zurück. Wir müssen wenn du damit einoyu生f saute, zurecht die Füße in euch dazu! Für euch zu sehen! IchHA气 nicht, wusch es zu sehen! Mögen schregen heute Drink! Não, ichえー jetzt! Einfach, wo soll ich sagen! Vielen Dank.